Zum Gedenken an König Endred. Bis jetzt hat der Graue Wächter sich behauptet, aber der Sieg ist noch lange nicht errungen. Als nächstes will Hauptmann Roshan diese Reihe durchbrechen. Wird er Valos Atredu erhalten und den Grauen Wächter besiegen? Es ehrt mich, gegen euch anzutreten, Wächter. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Eure Fähigkeiten sind beeindruckt! Kommt, ich bin doch besser! Sieger ist der Graue Wächter! Sieger ist der Graue Wächter!